Okay, der Heimweg. Stell dir vor, jetzt kommt der entscheidende Elfmeter und du bist... Vincenzo Grifo. Alles klar, los geht's. Tief durchatmen. Du allein hast die Verantwortung. Du hast es in der Hand. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Das ganze Team hinter dir vertraut auf dich. Hast du einen klaren Kopf? Dann lädt los. Du hast es raus. Gewinner fahren clean. Immer die beste Taktik.